Neues Game, don't be afraid. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr afraid werden. Ja, wurde sich gewünscht, dass ich das mal spiele. Juhu, neues Horror-Game. Ich kann es gar nicht abwarten. Mein Kanal entwickelt sich allmählich zu so einem Horror-Game-Kanal. Jetzt haben wir schon zwei Horror-Spiele die Woche. Und das sind die einzigen Spiele die Woche. Egal, gut bewertet, gibt es auf Steam. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ich würde sagen, rein in die Olga. Hi David, I'm a friend of your father. You can call me Mr. Franklin, okay? Now I know you may feel a little strange, but it's only because I gave you a particularly strong medicine. Und die Titel macht Sinn, wenn auf Englisch ist. Hello dear. I have to check on one more thing, so I can focus only on you, during our little fun. Now sleep. And remember, don't be afraid. Ah, das ist nicht immer widerlich angehört. Ja. Der Ton ist gut. Wie ASD. Oh Gott, da kannst du schon wieder so Zeug einsammeln. Nein. Ah. Wow. Das ist eine Puppe, oder? Das hier noch Probleme gibt, zwecks Ihr wisst schon. Oh, hoffentlich brennen so Kerzen nicht ab. So was mag ich ja gar nicht. Closed. Ich muss das wahrscheinlich, muss ich das verschieben? Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Hast du einen Schlüssel, Bro? Oder nicht? Boah, der geht nochmal so nach. Kennt ihr das, wenn man aufhört zu laufen und dann macht er aber nochmal so einen Satz? Mag ich ja gar nicht. Habe ich es jetzt, habe ich jetzt was übersehen? Da ist kein Schlüssel. Was ist das? Boah, solltest du dich auf einmal bewegen, bringe ich dich um. Ich schwör's dir. Ah. 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 Nein. Okay, das kann jemand noch nicht aufmachen. Alter, ist das dunkel. Ich hätte eine Kerze mitnehmen sollen, ich Idiot. Hol' mir nochmal schnell eine. Ah, ich kann laufen. Okay, das ist ja. Das ist ja schon mal was. Locked. Oh Gott, das ist so ein Such-8-Millionen-Schlüssel-Spiel. Okay, okay. Cool, cool. Yes. Yes. Very good. Ja, war jetzt auch nicht so schwer. Äh. Was will er mir damit sagen? Oh Gott, diese Puppen überall. Reudig. Da will ich noch nicht rein. Immer noch lockt. Aber der Schlüssel ist jetzt nicht für die Puppe, oder? Ne. Wofür war jetzt der Schlüssel, den ich aufgehoben hab? Nein. Da geht's auch noch weiter. Oh, da macht er mir das Licht wieder aus. Alter. Ey, komm, da siehst du ja gar nichts, denk ich. Geh mal hier rein. Der hier vielleicht? Ja. Ich weiß gar nicht, was das Spiel ist. Ob das so ein Rätsel... Ah, jetzt ist das Wasser quasi aus, oder? Da steht eins. Schnall ich nicht. Okay, jetzt kann ich hier rein, oder? Ja. Alter. Okay, ich wurde noch nicht gejumpscared. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal eine ganz tolle Sache eigentlich. Okay, der hält es zu. Da ist jetzt wieder zu, natürlich. Da brauche ich einen Hebel. Muss ich da drücken. Wo ist denn hier ein Hebel? Das kann man verschieben. Nur wie? A Rope. Ja, ja, das sehe ich, dass das eine Rope ist. Was ist das? Kann ich nicht nehmen? Geht schon los. Was ist das? Okay. Der geht nicht. Weil... Die gehen beide nicht. Die sich gegenseitig festhalten. Ach doch, okay. Jetzt kann ich ihn aufmachen. Jetzt ist das auf. Aha, wir kommen gut voran, Boys. Wir kommen super gut voran. Boah. Oh, oh. Lass mich. Nein. Ach, Mann. Hör doch auf. It's too dark, scary. Ja, es ist too dark. Macht er das jedes Mal, ja. Kriege ich jetzt wieder eine Kerze her. Hier. Kann ich hinter dem vorbeigehen vielleicht? Ja. Lockt natürlich. Ja, was ist da? Ja. Ah, schlosser. Natürlich auch verschlossen. Eins und zwei, okay. Ist auf jeden Fall, ist so Schlüssel-Such-Spiel. Hat ein bisschen was von Amnesia, bloß ohne diesen Verfolgungswahn. Lockt. Okay. Wo hatten wir denn jetzt noch ein Schloss? Achso, die, äh, okay. Da müssen... Hier haben wir noch ein Schloss. Lockt. Ja, toll. Äh, 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 was haben wir jetzt noch nicht aufgemacht? War ich hier schon? Hä, hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt und wie bin ich hier hingekommen? Ach doch, jetzt bin ich ja hier. Ich wollte gerade sagen, der stand doch vorher nicht da. Lockt. Ah. Oh, nö. Ah. Ah, ja, 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 okay. Ja, ja. Jetzt verstehe ich. Da gab es ja diesen... Eins war ein grüner Punkt, zwei war ein roter Punkt. Ich denke, er muss jetzt die Punkte finden. Das sollte ja zu schaffen sein, oder? Mhm. Wunderbar, David. Ja, gern geschehen, Alter. Ähm, was bringt mir das? Das bringt ja gar nichts. Hä? Okay. Ja, dann suchen wir jetzt die Dinger. Also eins war grün. Was war denn das? Eins war grün. Zwei war rot. Die anderen wären mir jetzt noch nicht aufgefallen. Da werden wir jetzt alles nochmal ablatschen müssen, verdammt. Ich hab doch schon eins und zwei hatte ich das schon gesehen. Jetzt find ich's nicht mehr. Weil ich mir aber auch nichts merke. Weißt du, wenn ich, wenn ich... Ach. Aber ich find ja gar keins. Ich brauch vier Stück. Ich find ja nicht eins. Doch, hier. Also, zwei ist rot. Hier ist nicht... Doch, eins ist grün. Eins ist grün, zwei ist rot. Weißt du was? Dann machen wir jetzt einfach... Probieren wir durch. Ganz ehrlich, gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. So, zack. Zack, offen. Da scheißen wir gar nicht lang rum, Freunde. Ja, Puppen. Ich hasse. Grundstifte. Mixtape. I don't have... I don't have anything... I carry it in. Okay, ja, dann... Ich muss jetzt einen Walkman finden, oder was? Alter, was hat der Raum jetzt gebracht? Dein Ernst? Hier ist nichts drin? Wie unnötig war der Raum? Wo soll ich denn jetzt einen Walkman herkriegen? Ich könnte mir vorstellen, dass in der Tasche da einer drin ist. Der wo... Da ist ja dieser Rucksack hinter der Scheibe. Aber da komme ich nicht hin. Hätte ich wahrscheinlich da jetzt auch noch gar nicht reingehen sollen. Wahrscheinlich habe ich drei und vier noch gar nicht entdeckt. Hätte ich das Rätsel aber auch ein bisschen schwerer machen müssen. Jetzt geht da schon super gut los. Ich weiß echt nicht weiter. Was war hier noch? I don't have anything. I can carry it in. Ja, ich brauche den Rucksack. Behaupte ich jetzt mal. Gehen wir nochmal zu dem Rucksack. Kann ich bestimmt irgendwas machen. Da waren auch Figuren. Der eine hat irgendwie so einen Ball in der Hand gehabt und so. Da geht es bestimmt irgendwie weiter. Was hat der in der Hand? Ein Fisch. Der hat einen Ball in der Hand. Aber ich kann halt nichts machen mit dem Broaster. Da muss ich den Hebel runterdrücken. Da habe ich aber keinen Einfluss drauf. Beziehungsweise ich kann ja diese Figur da nicht steuern. Dass der den Arm runter nimmt. Locked. Das geht nicht, weil der das festhält. Würden Sie bitte den Hebel loslassen? Macht er nicht. Ach, jetzt ist es offen? Hä? Warum? Alter, wie unpassend war denn die Musik? Ach, weil ich die Kette aufgemacht habe. Ja. Hätte man drauf kommen können. Ah ja, hier. Schau auf hier. Grün. Lul. Ah, jetzt ist der weg. Das ist so bedrückend, da vorbeizugehen. Okay, wir kommen weiter. Wir kommen weiter, Freunde. Was ist mit dir los? Ich bin jetzt nicht nur vegan. Nee, hier ist eine Schere. Ah ja, da kann ich die Dinge jetzt durchschneiden. Das Seil. Cut me. Also noch... Noch mehr können sie nicht helfen, oder? Was war jetzt das? Ein Item, Goldfisch. Weiß nicht, wozu ich jetzt hier einen Goldfisch brauche. Hier zeigt er mir einen Fisch an. Kann er ja nicht gleich daneben brauchen, oder? Nee, äh... Da... Die eine Figur draußen, die hält doch auch so einen Fisch. Bestimmt hat das irgendwas damit zu tun. Oh, wie die flüstern. Das ist... Das ist richtig... Das finde ich eklig. Echt. Oh, was? Journal. Space. Skip. Was laberst du? Ach! You said something. You're not the first child playing at my playground. That's why I want you to know how much fun I had with the other children. We'll go back to our fun, only when you listen to this tape. Now stand still and listen to this tape. Only then we'll go back to our fun. Okay, ich muss mir das einfach nur das Mixtape antagen, oder was? Das können wir machen. Hau her, das Ding! Take him. I don't have the strength to destroy. You're in a line just behind Jamie. Ah, jetzt lässt sie mich wieder durch. Wir zwei werden noch richtig gute Freunde. Also der Ritzelfaktor hält sich noch ziemlich in Grenzen. Und der Grusel eigentlich auch... Boah, das ist die, die wo... Ist das die, wo angekettet war? Ich nehme alles zurück. Das ist halt schon gruselig. Alter! Okay, weißt du was? Die geht immer weiter und killt dann die da vorne. Und dann, äh... Dann, äh, dann kann ich da vorne in die Tür rein. So, jetzt kann ich das Mixtape mitnehmen. Müssen wir das auch anhören? Shit! I hope this piece of job works. It's Andy. The Psycho Guy. Franklin trapped me here. He gives me food and made me a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard a crime. I was probably another kid. You... If you listen to this, great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and then sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. It's so fucked up. Wish me luck. Okay. Was für vents? Ich habe noch nicht einen vent gesehen. Wenden? Da kriege ich gleich wieder Among Us Flashbacks. Okay, check mal hier nochmal alles ab. Hier ist nichts mehr. Wo kann man jetzt hin? Ah! Das ist neu. Psychopathen-Maske. 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 Die muss ich jetzt bestimmt irgendeiner Puppe aufsetzen, oder? Die Frage ist, welcher? Das ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Der Schrank, der passt hier überhaupt nicht rein. Fancy Guitar Boy. Der wurde quasi gekauft. Ja, der ist bestimmt irgendwo. Wie muss ich jetzt die Maske aufsetzen? Digga, ich sag's dir nur im Voraus, dass wir beide uns verstehen. Sollte der Tag kommen, dass ich an dir vorbeigehe und du erschreckst mich, kriegen wir ganz massive Probleme. Okay? Bin ich eigentlich geduckt? Wieso sind die alle so riesig und ich so klein? Ich kann auch nicht aufstehen. Beziehungsweise ich kann mich nicht bücken. Die View ist total falsch, als würde ich die ganze Zeit gebückt laufen. Die hat auch so eine Maske auf, schau. Kann bestimmt irgendjemanden eine aufsetzen, aber wem? Dir, du schaust mich echt übel aus. Geht nicht? Geht nicht? Dir? Geht nicht? Auch nicht? Weiß ich nicht, ob ich die jemanden aufsetzen muss. Vielleicht den mit dem zweiten Hebel? Den konnte ich ja noch nicht drücken, oder? Möchtest du eine Psychopathen-Maske? Nein. Die möchte er nicht. Joa, ich weiß nicht. Er hat halt irgendwas von Vents geredet, aber ich habe noch keinen Eingang für den Vent gesehen. Da ist er immer noch zu. Den Goldfisch habe ich? Boah, ich weiß halt auch nicht, ob ich die Sachen hier extra auswählen muss, wenn ich irgendwas mache oder so. Ah ja, ah ja, genau. Fisch, Puppe, aber welche ist das? Welche Puppe? Der hält die Arme so. Aber der hat ja schon einen Fisch in der Hand. Den kann ich ihm auch nicht wegnehmen. Boah, keine Ahnung. Hier? Ah! Ja, die ist ja auch so gelb wie auf dem Bild. Was hat das jetzt geändert? Der ist halt auch... Alter, geht's noch? Kann ich nicht aufheben. Vielleicht hier jetzt mal was offen? Alter, die Dreckstür geht nicht auf. Ah, jetzt ist der zweite Hebel frei. So, jetzt. Kommen wir doch gut voran, gell? Kann man sich nicht beschweren. Basement Key. Yes! You've done it! Dr. Fruit Boy! Alter! Darf ich... Mister... Darf ich bitte... Darf ich bitte... Dankeschön. Was stehst denn du jetzt hier? Du standst doch da drüben. Ich muss vorbei. Ich weiß nicht, ob ich vorbei muss. Da war keine Tür mehr, gell? Was haben wir denn noch nicht aufgesperrt? Hä? Seit wann stehst denn du hier? Könnt ihr vielleicht bitte alle da bleiben, wo ihr wart? Das irritiert mich massivst. Das muss ich nicht haben. Jetzt kommt er wieder mit dem Ball. Jetzt ist der wieder weg. Ja, sag einmal, was treibt es denn ihr? Müsst mich jetzt unbedingt Kirre machen, oder? Muss ich den jetzt wieder suchen? Balltyp? Da ist er. Ne. Hä? Wo ist der Bällchen-Typ? Leute, ich möchte da durch. Ich kann denen... Hä? Ich kann dem die Hand geben. Ich brauch den Bällchen-Typ, der ist nicht mehr da. Da? Die kann ich nicht drücken. Da ist der Bällchen-Typ. Kann ich das... Der mochte sein Bällchen. So, hier bitte. Darf ich jetzt? Dankeschön. Oh Gott. Nein. Hör doch auf, Mann. Nein. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Oh, sie ist wieder weg. Ach, du hast jetzt da aufgeräumt für mich. Das ist... Das ist mal ein cooler Move. Dankeschön. So, wir sind Keller geschafft. Keller geschafft. Das ist doch schon mal was, oder? Ich würde sagen, an der Stelle speichern wir und werden wir uns nächsten Dienstag noch ein bisschen angucken. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne kommentieren, und ob ihr das Spiel überhaupt weiter sehen wollt, oder ob ihr das übelsten Crap findet, lasst mich das gerne wissen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für den Mega-Support und bis heute Abend, heute stream ich. Outro